Herzlich willkommen zum Europa-Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Wir berichten unter anderem von verschwundenen Babys aus Serbien. Eine furchtbare Nachricht, wenn Eltern kurz nach der Geburt ihres Babys erfahren, ihr Kind ist leider verstorben. In Serbien ist das ziemlich häufig passiert. Verdächtig häufig. Und verdächtig ist auch, die Eltern haben die Leichen ihrer Babys nie zu Gesicht bekommen. Ein böser Verdacht drängt sich auf. Die Kinder sind nicht tot. Sie sind geklaut worden. Tausender solcher Fälle gibt es. Sie reichen zurück bis in die 70er Jahre. Doch nicht nur im damaligen Jugoslawien verschwanden Babys einfach. Das passiert bis heute in Serbien. Alexander Feist hat eine Mutter getroffen. Immerhin arbeitet die serbische Regierung jetzt an einem Gesetz, das den Babyhandel unterbinden soll. Der britische Premierminister David Cameron hat im Wahlkampf einen Hotdog mit Messer und Gabel gegessen. Das geht natürlich gar nicht und hat große Empörung ausgelöst. Hotdogs ist ein volksnaher Politiker doch mit den Händen. Aber abseits der Hotdog-Problematik hat Großbritannien vor den Wahlen im Mai eigentlich ganz andere, nämlich echte Probleme. Die Wirtschaft läuft zwar wieder super, betonen die Regierenden Konservativen. Und das stimmt auch, aber leider nicht für alle. Denn in Großbritannien gibt es Arbeitsverhältnisse, die in Deutschland strikt verboten wären. Juli Kurz berichtet. Italien ohne Olivenbäume, das ist ungefähr so wie Holland ohne Tulpen oder Windmühlen. Kann man sich nicht vorstellen und wäre vor allem wirtschaftlich eine Katastrophe. Im Süden Italiens droht diese Katastrophe. Im Absatz des Stiefels. Dort leben tausende Familien vom Olivenanbau. Doch jetzt sollen dort bis zu eine Million Olivenbäume gefällt werden. Die Aktion ist umstritten und für die Menschen dort ein Desaster. Anna Tillak berichtet. Rentner in Griechenland haben es besser, titelte letztens eine große deutsche Tageszeitung. Warum? Weil sie mehr Geld bekommen als Deutsche, hieß es zur Begründung. Da ist natürlich die Empörung ganz schnell groß. Aber stimmt das tatsächlich? Geht es den griechischen Rentnern wirklich so gut? Fakt ist, die Geldgeber fordern endlich Reformen von der Syriza-Regierung. Auch bei der Rente. Die soll nochmal gekürzt werden. Die regierende Syriza-Partei dagegen hatte im Wahlkampf versprochen, wir erhöhen die Rente wieder. Reiche oder arme griechische Rentner? Peter Dahlheimer berichtet aus Athen. Ein schönes Hotel in Wien im hip gewordenen zweiten Bezirk. Ab 80 Euro die Nacht. Super Sache für Touristen, aber auch für die Menschen, die dort arbeiten. Denn die Mitarbeiter des Hotels sind Flüchtlinge. Menschen, die sich nach Arbeit gesehnt haben, weil es einen bekanntlich Mürbe macht, wenn man zum Nichtstun verdammt ist. Doch Arbeit zu bekommen ist schwierig für Flüchtlinge. Erst dürfen sie nicht, dann kriegen sie meist nichts. Außer eben im Hotel Magdas. Hilde Stadler hat dort für uns eingecheckt. Absolut. Und damit sage ich Tschüss und Dankeschön für Ihr Interesse an Europa. Schönen Sonntag noch. Auf Wiedersehen. V Archivisse V Archivisse Vielen Dank.